Zu meinem Job gehört es dazu, das Haus so zu gestalten, dass es wirklich ein Genuss wird für unsere Kunden, die kommen. Also, dass es kuratiertes Sortiment hat, ein Angebot, das verführt zum Genießen, zum Konsumieren, das auch neugierig macht, wo man neue Dinge entdecken kann. Ich glaube, unser Haus mit 24.000 Quadratmetern ist einfach so riesig, dass es mir auch jetzt nach drei Monaten noch so geht, dass ich an jeder Ecke Dinge entdecken kann, die mich überraschen. Wir denken sehr stark daran, es wird sich dieses Konsumieren und auch das Genießen wird sich doch ändern. Also, die Nachfrage nach woher kommen die Produkte, was ist die Qualität vom Produkt, ist ein Produkt überhaupt nachhaltig, ist mein Konsum nachhaltig, das wird uns sicher beschäftigen in der nächsten Zeit.